Jetzt sind wir wieder bei Lego Harry Potter. Die Jahre 1 bis 4. Ich sehe, ich kann es. Kein Wurstsalat. Hei 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 hei. Na klar, dass der sich aus dem Staub macht. Hogwarts Castle. Jetzt gibt es bestimmt erst mal einen Spruch, oder? Vermutlich. Oder wir holen ihn. Was? Wo oben? Musst du immer aufräumen. Äh, nicht immer nein. Gut. Na, ist einer schwer am packen. Ja, am verschwenden, eher gesagt. Wie, das ist ein neuerer Geist. Aber wir sind nicht in der goosebumps. Das ist ein neuerer Geist. Wie, das ist ein neuerer Geist. Wie, das ist ein neuerer Geist. Wie, das ist ein neuerer Geist. Eine Wand ist eher schwer zu verlieren. Ja. Ich sehe da schon wieder eine Einsatzmöglichkeit für die Ratte. Aber erstmal müssen wir einen entsprechenden Weg bauen, wie es aussieht. Ah hier, die verliebte Maul in die Myrte hier. Genial. Ich habe eine lilanen Hand gekriegt. Cool. Ich habe einen blauen. Na immerhin. Schickst du die Ratte durch? Jawohl. Käse, Käse, Käse den ganzen Tag. Krieg ich doch gar keinen Käse. Irgendwas stimmt da noch nicht. Oder? Doch, geht weiter. Erstmal draufdrücken. Du siehst, fehlt da auch noch ein Teil. Ja, ich würde sagen, das ist das. Kommt das Klo hochgespült. Sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schön bezeichnen soll. Ja, Igitt. Könntest du dann, oder? Ja. Könnte ich. Sonst geht es nicht weiter. Und was haben wir da schon wieder? Irgendeine Blockade, die ich wahrscheinlich reinigen muss. Aber Toilette, Blankade. Ja. Hey, ich bin witzig. Ja, natürlich. Doch gar nicht das Gegenteil, ich brauche, oder? Das ist dein Grinsen. Du bist fies. Rappelt die Kiste. Was wird das denn? Ein... ...Tourlettenhockerhobe. Juhu! Das muss ich ja von dir in Acht nehmen. Geil! Das Teil ist cool. So. Klup! Wer tut denn einen Kürbis in die Toilette? Leute, die Kürbis gegessen haben. Den ganzen Kürbis? Gegessen? So! Ich weiß nicht, wie lange... Je nach Sote haben die ja sehr dicke Schalen. Dann sind die wahrscheinlich schlecht verdaulich und dann... So wie beim Mais. Der Eingarten wird freigelegt. Zum Klo. Nein! Im Klo. Zum Basilisten. Im Klo. Zur Kammer des Schreckens. Und jetzt sag nicht nochmal im Klo. Das war bei den Waschbecken. Die im Klo sind. Jaaaa. Jaaaa. Wir brauchen einen Hund. Aber wir haben gar keinen Hund. Das ist nicht gut. Nein. Wir haben... äh... Okay, da ging's nicht weiter. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Im Klo. Ist das der Vasilisko wahrscheinlich nicht, oder? Nein, der Vasilisko ist eine Schlange. Das ist irgendwas komisches anderes. Ich würd sagen, da geht's nicht lang. Wir haben hier wieder Kisten, die rot glitzern, die wir nach der Rot kriegen. Witzend. Oh. Nein, ich will die nicht spielen. Nicht echt jetzt. Doch gestopft. Genial! Nein! Nein. Ups. Wieder runtergefallen. Verdammt. Wie hast du dich denn selbst hier hochgeschleppt? Nein, das hat hier der Lehrer gemacht. Na gut, dass er dich hochschafft und mich nicht. Oh, du warst ja nicht... Ja, der lief hier mit mir mit Vorsicht nicht runterfallen. Kannst du das nicht sagen, bevor ich runterfalle? Ich... Ich wollte es sagen. Naja. Ich werde es als voller Ausreden. Oh, ob ich da rankomme? Warte mal. Ein Skelett, der angelt. Ein Skelett nicht. Mit einem Pümpel. Äh, ja, zu blöd. Ich bin nämlich jetzt dahinter. Ich komme da gar nicht ran. Oh, Entschuldigung. Ich komme da. Äh... Okay. Jo. So läuft's. Uah. Fast runtergefallen. Das ist mal ein schicker Auftritt. Boah. Auf jeden Fall. Voll mit dem Gesicht da rein. Yay. Ja, wieder Puzzeln und Tränen hier. Schlaggssprache. Zauberstab ist ja kaputt von Ron. Achso. Schon seit Anfang des Schuljahres. Was habe ich denn die ganze Zeit benutzt? Ein kaputt Zauberstab. Okay. Jenny. Wann hat die aber Schminke drauf? Tom Riddle. Adios Lord Voldemort. Baselisk. Schlange. Ich mag keinen Schlangen. Haha, du spielst jetzt Jenny. Wir müssen einen Trank brauen. Warum das für mich deswegen auch so? Alter, was hat die für Augen? Der Lasertech. What? Was? Was wird das hier? Oh Gott. Weißt du, wir müssen einen Trank brauen. Der lasert mich. Ich muss hier leben. Das geht gar nicht. Oh Gott. Entschuldigung. Du musst dich vor diese Felsen herstellen, um die zu zerstören. Der soll dich verlasern. Der lasert... Ja. Okay, so. Oh. Auch mich jetzt natürlich auch mit erwischt. Ähm, ja. Hm, Entschuldigung. Ähm, du musst mal herkommen. Wir brauchen hier die Schlangen-Sprachen. Heino. Okay. Nein, aah! Heino, ich bin ja komplett nutzlos. Warte mal. Warte mal. Ja, ich weiß. Das ist... Oh. Wo bin ich denn da? Ja, der sucht mich jetzt. Das ist natürlich... Woa. Okay, eins habe ich schon mal rausgeschmissen. Rausschmeißen lassen hier. Musst du jetzt noch. Hihi. Der darf mich jetzt gar... Oh. Der hat mich gesehen. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oha. Der hat mich natürlich trotzdem getroffen. Mich auch. Obwohl ich drei Meter weg stand. Okay, reicht das mal für dich, Daniel? Dann gucke ich mal, wo das nächste ist. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen muss. Das müsste... Das, weil ich auch wieder überhaupt nichts sehe. Da öffnet... Uah! Ja! Halt die vor mir fern, sonst labert mich das Viech auch nämlich. Okay, ja. Ich bin noch ein Teil. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, das haben die so geil umgesetzt, ehrlich. Das feiere ich. Guck dir doch mal die Laser hoch. Das ist geil. Wo musst du jetzt hin? Ich glaube da hoch. Okay, ja, gut. Konnte ich wenigstens irgendwas machen. Jo. Flucht! Nein, es kommt der Phönix. Achso. Aber jetzt hätte ich ja V sind, ne? Es ist der Basilisk. Blind. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hab noch keine Ahnung. Also im Film laufen sie jetzt hier davon. Genau. Hier. So. Okay. Achso. Nee, der wird uns nicht gehen lassen. Nee, der wird uns nicht gehen lassen. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht. Der kommt aber da gleich wieder raus. Da hüpft was. Schon dabei, schon dabei. Hab's gesehen. Sieht aus, als hätten wir ein, was auch immer, gebaut. Ein Akkordeon. Okay. Eins von drei. Das ist kein gutes Zeichen. Nö. Kann ich irgendwie tauchen? Da sieht irgendwie aus, als wäre da was. Sieht nicht so aus. Höh. Mal einen Schluck auf. Das war gar nicht notwendig, hier zu kämpfen. Das war gar nicht notwendig, hier zu kämpfen. Okay, gehen können wir auch noch mal nicht. Warte, wir da oben sind noch Pflanzen. Schließen wir jetzt mal an. Was ist denn da hinten? Da oben ist die... Ja, was sie ist... Ich glaube, ähm... Ich schwimm da einfach jetzt mal hin. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Hier ist noch was. Daneben auch noch. Vielleicht zusammen. Warte. Oh. Cool. Mann, wir haben ja einen Lauf. Und drücken tue ich, aber... Ah, jetzt. Ja. Warte. Da müsste jetzt eigentlich... ...ein Schwert rauskommen oder so. Bitte sehr. Da ist ein Schwert. Hey, eigentlich tötet den... Oh. Kann ich sagen, eigentlich macht das Harry. Ich glaube, das Schwert ist schon wieder runtergefallen. Ich glaube, das Schwert ist schon wieder runtergefallen. Ja. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Ich glaube, das macht Aua. Wahnsinn. Cool. Aber muss schütteln. Ah, geil. Der hat voll viel Spaß gemacht. Ja. Hihi. Ich glaube, ich glaube, ich habe nur zwei gehabt, ne? Ja. Na ja. Aber dafür haben wir das wieder fertig. Voll cool. Boah, wir sind wieder reich. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Lego Harry Potter. Ciao. Tschö.